Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen News-Sendung. Heute ist das Ganze etwas Quest 2-lastig, muss ich zugeben. Quest 2 ist momentan das große Thema in VR und ja, alles andere Gerät so ein bisschen im Hintergrund, habe ich das Gefühl. Ist aber auch preis-leistungstechnisch ein tolles Gerät. Wer meine Erstmeinung dazu nicht gesehen hat, mein Video werde ich oben in die Infobox packen und in die Beschreibung. Also schaut mal rein, wenn euch das interessiert, was ich davon halte. Und da gehe ich so ein bisschen auf die ganzen Sachen ein, die mir so eingefallen sind. Ja, also das ist das große Thema heute. Ich habe aber auch noch PC VR News, also Games, die ich euch noch gerne vorstellen möchte. Und ansonsten haben wir noch Quest 2-Ban. Also es gibt Profile, die gesperrt werden, da gehen wir gleich drauf ein. Dann ist das hier ein toller Briefbeschwerer. Dann haben wir noch Facebook-Privatsphäre-Einstellungen. Und dann haben wir die Cybershoes für die Quest 1 und Quest 2, werden bald auf Kickstarter erscheinen. Und ja, dann gibt es noch ein paar Quest 2, Quest 1-Grafikvergleiche. Also mehrere Spiele werden jetzt für die Quest 2 optimiert und sie bekommen neue Texturen, neue Grafikeinstellungen und so weiter und so fort. Und da gibt es ein paar schöne Vergleichs-Videos, die würde ich gerne mit euch zusammen anschauen. Und ja, dann möchte ich noch mal kurz darauf zurückkommen, was hier mit den Spenden war. Also vielen, vielen Dank, Leute, dass ihr so toll gespendet habt. Ja, in der Liste sind jetzt auch ein paar ältere Spenden, sehe ich. Aber ja, das konnte ich jetzt nicht anders einstellen. Aber ich freue mich über alle Spenden, egal wie alt die sind oder wie neu die sind. Also vielen, vielen Dank für die Spenden. Was aber noch viel, viel toller ist, Leute, wir haben die 1000 Abos geknackt. Ich habe es endlich geschafft. Wir sind jetzt bei 1030 Abos und ja, mega, vielen, vielen Dank, Leute. Ich habe euch echt viel zu verdanken und das zeigt mir, es gefällt euch auch, was ihr hier auf meinem Kanal seht. Und ja, hat jetzt echt lange gedauert, bis ich hier hingekommen bin. Aber zum Ende hin, der Endspurt, sage ich mal, ging echt schnell, habe ich nicht mitgerechnet. Also ich habe irgendwie so Dezember mitgerechnet, dass ich da eventuell auf die 1000 komme. Von daher vielen, vielen Dank, Leute. Und ja, mehr fällt mir auch gar nicht dazu ein. Es wird auch nochmal ein Special-Video, also zwei Special-Videos wird es geben oder zwei Special-Livestreams. Einmal, denke ich mal, wird es einen Horror-Livestream geben. Ich weiß nicht, ob ich es diese Woche schaffe, aber da wird es definitiv was geben. Und dann hatte ich ja versprochen, dass ich einen Zwölf-Runden-Kampf Thrill of the Fight live hier auf meinem Kanal präsentiere. Und ja, den wird es auch noch geben, aber dafür muss ich noch ein bisschen trainieren. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so schnell geht. Von daher wird es wahrscheinlich erstmal einen Horror-Livestream geben, wo ich mich natürlich freue, wenn ihr alle dabei seid. Ich habe Phasmophobia ins Auge gefasst. Und ich werde erstmal vielleicht eine oder zwei Runden alleine spielen. Und dann habe ich mir überlegt, wer Bock hat, aus der Community mit mir dann im Livestream zusammen zu zocken. Der kann sich gerne dann melden bei mir. Kommt am besten in den drei Flatingo-Discord. Meldet euch bei mir, wenn ihr da Interesse habt. Und wenn es zu viele werden, dann werde ich es natürlich im Livestream so machen, dass man bekommt immer einen Code im Phasmophobia. Und den werde ich dann zur richtigen Zeit dann halt angeben. Und wer dann schneller ist, der ist dann halt dabei und darf als erstes mitmachen. Und ja, danach halt immer wieder neue, wenn es denn so viele sind, die dann mitmachen wollen. Also würde mich freuen, mit euch zusammen mal im Livestream zu zocken und dass wir uns zusammen gruseln können vielleicht. Würde ich mich auf jeden Fall freuen. Aber zur gegebenen Zeit kommt dann nochmal ein kleines Ankündigungsvideo und mehrere Infos dann. Ja, kommen wir zur ersten News und das sind die Privatsphäre-Einstellungen zur Quest 2. Ja, Mix.de hat einen kleinen Privatsphäre-Guide erstellt. Da geht es um Facebook-Konto, Oculus-Konto-Verschmelzung. Welchen aktiven Einfluss habe ich noch auf meine Daten? Was kann ich noch aktiv einstellen, um nicht komplett nackt dazustehen? Auch wenn man fast schon alles ausgezogen hat. Es geht jetzt nicht so wirklich in erster Linie auf die ganzen Datenschutzrichtlinien. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Da hat der Zitronenarzt einen coolen Livestream zugemacht mit dem Patrick von die Zockstube. Die nehmen da die ganzen Datenschutzrichtlinien ein bisschen so auseinander. Und wen das interessiert, werde ich definitiv mal in die Beschreibung packen. Und ja, könnt ihr euch dann anschauen. Wer es noch nicht mitbekommen hat, ihr könnt die Quest 2 hier ohne Probleme in Deutschland aktivieren. Aber ihr braucht dazu ein Facebook-Konto. Und wenn ihr da schon ein Oculus-Konto auch hattet, dann wird die Kontoverschmelzung aktiv. Also sonst könnt ihr die Quest 2 nicht aktivieren. Und alle anderen Leute, die die Quest 2 nicht haben und noch die alten Geräte haben, wie Quest 1, Rift S. Ihr könnt die Geräte weiterhin nutzen bis zum Januar 2023 ohne Facebook-Konto. Danach müsst ihr euch entscheiden, ob ihr den Service nicht mehr nutzen wollt. Also ich denke mal diesen Online-Service. Und die Brille wird danach sehr, sehr stark eingeschränkt sein, wahrscheinlich in ihrer Benutzung. Und ja, wird dann wahrscheinlich eher so ein Briefbeschwerer werden. Aber was da genau dann auf uns zukommt, das kann man natürlich noch nicht sagen. Ja, auf jeden Fall gibt es ein paar Sachen, die wir aktiv machen können, um uns ein bisschen wenigstens zu schützen. Da gehen wir gleich drauf ein und dann gehen wir nochmal drauf ein, was für Daten nimmt Facebook sich von uns eigentlich, wenn wir hier mit der Quest 2 oder der Quest 1 und Rift S spielen, wenn wir die neuen Richtlinien aktiv haben. Und ja, da gehen wir jetzt mal drauf ein, gucken wir mal, was Mix.de hier alles rausgesucht hat. Hier haben wir so ein kleines Inhaltsverzeichnis. Also ich scrolle das einfach so ein bisschen durch, gehe auf die Sachen ein, die für mich jetzt oder ja, wo ich denke, das ist wichtig für euch. Ansonsten ist in der Beschreibung der Link und dann könnt ihr euch alles genauer durchlesen. Hier steht auch nochmal, ja, das Datum 1. Januar 2023, was ich eben gesagt habe. Und ja, hier kommen wir jetzt zu den Daten, was Facebook überhaupt von uns dann hat. Und ja, es gibt jetzt zwei Richtlinien, Datenrichtlinie von Facebook und die ergänzende Datenrichtlinie von Oculus. Und ja, wenn man das Ganze dann verschmolzen hat, zählen diese beiden Datenrichtlinien. Und ja, was haben die? Also die haben von uns physische Eigenschaften wie die Größe unserer Hände und die Körpermaße. Okay, kann ich erstmal verstehen, dass die diese Daten auch brauchen. Erstmal nur für den reinen Betrieb, ja. Man muss wissen, wie groß man ist in der VR-Welt, damit die App das dann halt auch vernünftig umsetzen kann. Umgebungs-, Dimensions- und Bewegungsdaten. Okay, braucht die Brille auch. Die Frage ist halt, was davon alles halt zur Weiterbenutzung, ja, auch wirklich benutzt wird, ne. Und nicht nur für den reinen, ja, VR-Betrieb, sag ich mal. Von euch erstellte Inhalte wie Avatare, gepostete Bilder, Audioaufnahmen, kreative Inhalte wie Skulpturen und Zeichnungen. Ja, also wenn die das dann halt auch noch nehmen, ist natürlich dann auch hart. Die Information der Oculus-Browser-Nutzung, also wir haben auch einen Browser in der Oculus-Software und das wird dann halt auch mitgetrackt scheinbar. Information von Drittanbietern und Marketingpartnern, die eure Daten mit Oculus und Facebook teilen. Technische Systemdaten wie Absturzprotokolle, okay, kann ich noch verstehen. Nutzer-ID ist auch okay. IP-Adresse, hm. Dateifahre auf dem lokalen Computer, sofern verbunden. Also ich denke mal, wenn man mit Oculus-Link verbunden ist, ne. und Dauer von Ladevorgängen. Mit diesen Informationen sollen nach Facebooks Angaben die eigenen Dienste und Produkte verbessert und personalisiert werden. Wahrscheinlicher ist aber, dass die erhobenen Daten in die Bereitstellung von Unternehmensservices, Gemess- und Analyse-Tools fließen, die unter anderem bei der Erstellung von Werbeanzeigen helfen. Also, ja, wahrscheinlich werden wir irgendwann genau auf uns zugepasste, ne, nicht zugeschnittene, zugepasste, zugeschnittene Werbeblöcke, die werden uns um die Ohren fliegen und, ja, die sind dann genau auf uns angepasst. Und, ja, das sind momentan halt die Szenarien. Wie gesagt, die meisten Sachen kann ich absolut verstehen, dass die gebraucht werden und, ja, dass die sich auch dafür erstmal die Erlaubnis holen müssen, damit, ja, das Gerät hier, wow, das Gerät hier überhaupt benutzt werden kann. Und, ja, aber wie das Ganze dann umgesetzt wird, von welchen KIs das dann halt, ja, bearbeitet wird, aufgenommen wird, das ist halt das Schlechte und das macht einen auch ein bisschen Angst. Und ich kenne auch die Angst von vielen Zuschauern von euch, also ich habe da einige Kommentare auch bekommen und ich nehme das auch ernst, ich nehme es jetzt nicht auf die lockere Schulter, aber, ähm, wenn ich das für euch hier alles testen möchte, muss ich das einwilligen. Äh, ansonsten kann ich den Kanal auch direkt einstellen und, äh, wie gesagt, es gibt da draußen Leute, denen ist das alles echt Mist egal, sage ich mal, ne, das, äh, denen interessiert das nicht, die, die, denen ist egal, ob die ein gläserner Körper sind, ähm, ja, mir ist das natürlich auch nicht egal, aber wir benutzen Handys, wir haben Smart-TVs, wir haben Alexa, wir haben Siri, ja, wir haben unsere VR-Brillen jetzt, die haben alle Mikrofone, die haben alle Kameras und, äh, ich sag mal, früher in der DDR wären die wahrscheinlich sehr froh gewesen, wenn die diese Sachen alle gehabt hätten, ne, dann hätten die keine Wanzen oder was weiß ich irgendwo einbauen müssen. Ja, ist ein schwieriges, schwieriges Thema und, äh, ich habe es auch schon mal geschrieben, da könnte man echt eine Megasendung draus machen oder einen Megalivestream, aber, ähm, ja, da, das führt zu nirgendwo, was, also ich, ich wüsste nicht, was uns das bringen würde, äh, wenn wir da wirklich drüber, drüber großartig, äh, eine Megasendung draus machen, ähm, wir haben wirklich nur die, den Einfluss, wir kaufen die Geräte nicht, können sie nicht benutzen, ähm, wir schrecken alles ein, ne, über Firewalls und so weiter und so fort und, wie gesagt, ich weiß nicht, wie sicher man dann, äh, im Endeffekt dann wirklich ist oder man verzichtet auf was alles Elektronische, ne, und hat auch kein Smart-TV und so, sowas zu Hause, alles, was Mikrofone hat, Kameras, kann man dann echt knicken. So, das aber erstmal dazu, also, ähm, das ist momentan, äh, ja, die großen Sachen, die halt, ja, erhoben werden, ne, und, äh, ja, wie gesagt, dass der Raum komplett gescannt wird, das wissen wir, ne, wir müssen unser Guardian-System einrichten, ähm, die Software muss auch wissen, wo steht ein Tisch und, äh, das wird auch wirklich gut angezeigt, ne, was, was hoch steht, was, äh, niedrig ist auf dem Boden und so weiter und so fort und die Höhe wird da auch wirklich auch angezeigt, das ist auch echt cool und, äh, für eine sichere Benutzung in VR muss das auch passieren, ne, also, das ist für mich eigentlich ganz klar, aber es dürfte halt nicht weiter benutzt werden, diese Daten und, äh, ich gehe davon aus, dass das halt halt auch, auch, auch passiert. So, äh, genau, ähm, dazu kommt noch, wer in VR jemanden auf sexuelle Weise berührt oder sexuelle Gesten macht, also, ähm, Oculus, Facebook, da gibt's ja bald dieses Horizon und, äh, ja, wenn man sich da aufhält, ich denke mal, das wird irgendwann für alle VR-Apps gelten, die in Multiplayer sind, wenn man da rassistische Äußerungen macht, man macht sexuelle Gesten, äh, ich glaube, wir kennen das alle, ne, jeder, der schon mal in Multiplayer war, weiß, was da für, für Ausdrücke herrschen, was für Ausdrucksweisen da herrschen und, äh, ja, da braucht man nur in VR-Chat zu gehen, ich glaube, da weiß man schon ganz gut, was da passiert und das wird jetzt halt auch wirklich, ähm, ja, scheinbar mitgetrackt, äh, das wird ausgewertet von irgendeiner KI und, ja, wenn man jetzt hier, hier steht's auch, Angriffe auf Menschen, ethnische Zugehörigkeit, Herkunft, Behinderung, Krankheit, Religion und so weiter und so fort, ähm, das wird geahndet und ich kann mir gut vorstellen, dass dann auch wirklich, ähm, wenn man dagegen verstößt, eventuell erstmal so eine, so eine Art Abmahnung kommt und, ähm, bei weiteren Sachen wird dann eventuell auch dann direkt, äh, gebannt und, äh, da sollte man sich halt auch im Klaren sein, ne, wenn man das macht, äh, dass dann auch sowas irgendwann passiert und ich finde es wichtig, dass man sowas eigentlich macht, äh, weil, ja, VR, also ich glaube, da kommen viele Leute echt nicht klar drauf, wenn die, äh, in VR sind und dann auch beleidigt werden, äh, also VR-Cyber-Mobbing, sag ich mal und, äh, ja, dass sowas dann geschützt wird, dass solche Leute dann auch geschützt werden, finde ich wichtig und, ähm, ja, das scheint dann auch noch von Facebook da, äh, in den Richtlinien zu stehen. Ja, dann kommen wir zu dem nächsten Thema, ähm, Fake-Accounts in Facebook, ähm, da gibt's auch jetzt, ja, schon Meldungen, wenn ihr Fake-Accounts benutzt, dann kann das sein, dass ihr gebannt werdet, also es wird auch von einer KI ausgewertet, hat jemand ein Fake-Account, ähm, ist das ein wirklicher Account, ist das ein Real-Name, also man muss wirklich mit einem Real-Name auch angemeldet sein und, äh, falls da aus irgendwelchen Gründen halt, ähm, die KI meint, ne, da ist man, äh, das ist nicht wirklich der, diese Person, dann kann man gebannt werden und, äh, dazu kommen wir aber gleich nochmal, was dann passiert. So, was haben wir denn noch hier? Genau, bei Verstößen gegen die Verhaltensrichtlinien euer Konto temporär einzuschränken oder zu sperren. Ja, äh, wie schon gesagt, ne, wenn man dann in Horizon oder sonst wo ist, äh, und dann äh, wirklich Leute beleidigt, ähm, kann man wirklich temporär eingeschränkt werden oder man kann auch gesperrt werden und, äh, ja, finde ich gut, finde ich auch wichtig, dass sowas dann, äh, vielleicht passiert, äh, sonst, äh, kann man solche Apps auch irgendwann gar nicht mehr nutzen. So, jetzt kommen wir noch zu dem interessanten Teil, äh, Privatsphäre-Einstellungen. Ähm, geht einfach in die Oculus-App von eurem Handy und, äh, geht unter Einstellungen, dann gibt es den Punkt Privatsphäre-Einstellungen und dann, ähm, ja, kann man das noch einschränken, was die anderen sehen, äh, Klarnamen, äh, Benutzername und so weiter und so fort und, äh, ob jemand meine Freunde, äh, auch sehen kann und, ja, da kann man dann sagen, jeder, äh, nur Freunde oder, äh, nur ich und das sind auch die Sachen, die wir jetzt ein bisschen noch in der Hand haben, äh, die man dann wirklich auch auf nur ich stellen sollte oder auf nur Freunde und, äh, ja, das war für viele Leute auch wichtig, dass der Klarnamen, der Real-Name nicht in irgendwelchen Spielen dann erscheint und, äh, ja, fände ich persönlich auch blöd, wenn dann wirklich, äh, da jeder von jedem, der, der Klarname steht, äh, wäre dann nicht so wirklich toll und, äh, daran haben sie dann wirklich gedacht scheinbar. Ja, das dazu, äh, hier steht noch was, äh, Facebook gibt an, ohne eure vorherige Einwilligung keine VR-Aktivitäten über Facebook zu teilen. Wollt ihr das selbst tun, klickt in euer Menü Oculus-Brille auf den Teilen-Button. Ja, okay, das ist auch schon mal gut, nicht, dass dann auf einmal kommt, äh, Sebastian spielt gerade VR Paradise und, äh, ne, macht da einige Aktivitäten und, äh, jetzt schaut live in, äh, die Pass-Through-Kamera oder sonst was, ne, also das wäre echt fatal und, äh, wäre echt nicht gut und würde auch sehr stark in die Privatsphäre dann eindringen und, äh, ja, aber das ist halt auch nicht wirklich, äh, da, ne. Und, äh, im Livestream kann man scheinbar sogar auswählen, ob man dann, äh, das integrierte Mikrofon, äh, nutzen möchte. Ja, Horizon habe ich immer noch nicht ausprobiert, äh, möchte ich bald machen und, äh, ich hatte mich da mal für eine Beta angemeldet und ich glaube, man kann es auch schon nutzen. Äh, momentan habe ich aber noch nicht so viel Zeit dafür gehabt. Ja, Leute, kommen wir dann noch mal zu dem Facebook-Bun, äh, was dann passiert und, äh, was man dagegen eventuell machen könnte. So, Leute, und jetzt das Schlimmste, was eigentlich momentan passieren kann, ähm, Facebook erkennt, warum auch immer, das ist ein Fake-Account, euer Profil wird gesperrt und somit könnt ihr das hier nehmen und eigentlich wegschmeißen, weil, ähm, man kann die dann absolut gar nicht mehr benutzen und es ist nur ein Briefbeschwerer, schreiben einige Leute und, ähm, ja, das ist einigen Leuten aus Versehen schon passiert, also ohne, dass sie irgendwie daran Schuld hätten, natürlich mit Sicherheit auch Leuten, die daran Schuld haben, weil es war von vornherein klar, ihr dürft keinen, äh, Fake-Account benutzen, also es muss wirklich ein Real-Name sein, äh, nicht, nicht irgendwie Harry Potter oder sonst was und, äh, das ist jetzt scheinbar, äh, hier einigen Leuten passiert und, äh, ja, ist ziemlich, ziemlich krass, also Facebooks Nutzungsrichtlinien untersagen Fake-Profile, okay, soweit, so gut, das heißt, Nutzer müssen ihren richtigen Namen angegeben haben oder da mit registriert sein. Für die Erkennung von Fake-Profilen nutzt Facebook ein KI-gestütztes Verifikationssystem. Ja, so kann es vorkommen, dass authentische Konten, aus welchem Grund auch immer, als Fake-Profile identifiziert werden und, äh, das wäre natürlich echt übel und, ja, wie wir sehen, ist das auch schon passiert und die Nutzer bekommen dann einfach eine Meldung und dein, äh, Profil ist gesperrt und, äh, du kannst dann nochmal, ja, eine Information runterladen und das war's dann. Also du kannst nicht einsehen, warum, wieso, weshalb ist das jetzt gerade gesperrt worden und was kann ich jetzt dagegen tun? Kann ich den Support anschreiben? Können die mich wieder entsperren? Weil, ähm, ich habe hier mein richtiges, äh, Profil angegeben, ne, und, ähm, ich habe auf, auf Twitter gelesen, der Oculus Support hat, äh, auch einen Twitter-Beitrag, äh, äh, gepostet. Wenn jemandem das passiert ist, soll er sich gerne da melden und die, die werden dann helfen und, ähm, ja, hier steht, ähm, Support soll helfen und kann es nicht. Auf Reddit und Twitter verschaffen sich einige Betroffene Gehör und bezeichnen ihre neue VR-Brille als Briefbeschwerer. Facebook nahm in der Zwischenzeit schriftlich Stellung und rät den Käufern, sich an den Oculus Support zu wenden. Im Oculus Store gekaufte Inhalte würden nicht verloren gehen und, äh, bereitstehen, sobald die Login-Probleme gelöst seien, heißt es. Also es soll auch nur eine kleine Anzahl an, äh, Kunden betroffen sein, aber, ähm, ja, ist schon, ist schon übel, aber ich sage mal gut, dass die wirklich von sich aus direkt sowas rausgehauen haben und meiner Meinung nach, dann ist es auch keine kleine Anzahl, wenn die das hier so öffentlich auf, äh, Twitter und, und Reddit posten, sondern das ist dann auch vielen, vielen Leuten passiert. Und ich finde sowas immer echt schlecht, wenn man, äh, so eine Meldung bekommt und hat keinen Button, wo man den Support dann direkt anschreiben kann. Also meiner Meinung nach muss man dann einen Button haben, wo man sagen kann, okay, ich möchte mich beschweren, das ist wirklich nicht der Fall, was ihr mir hier gerade vorwerft, ne. Also ich kann nur sagen, dass, äh, ich relativ gute, gute Erfahrungen mit dem Oculus-Support gemacht habe, die, die Antworten relativ schnell, man kann ihn sogar auf Deutsch schreiben, äh, ich habe es aber meistens auf Englisch gemacht, weil es dann nochmal einen Ticken schneller geht, aber, äh, also mir konnte immer geholfen werden und, äh, ich hoffe, dass die das dann halt auch hinkriegen, ne, dass die, äh, den Leuten dann wirklich helfen und auch wieder die, die Kiste hier freischalten, die Oculus Quest 2, ne. Ähm, mich interessiert, ist das ein von euch passiert? Also ich hoffe nicht, dass das einem, äh, Zuschauer passiert ist. Wenn ja, äh, gerne unter die Kommentare, interessiert mich brennt, ob das, äh, ja, auch in Deutschland schon mal jetzt passiert ist und, ähm, ja, ob es eventuell schon behoben wurde oder ob das immer noch ein, äh, ja, Briefbeschwerer ist, sage ich mal. Ja, kommen wir aber jetzt zum anderen Thema und das sind die Cybershoes für Quest 1 und Quest 2. Gute Nachrichten für alle Fans der Cybershoes, ähm, es gibt jetzt bald eine Kickstarter-Kampagne, da werden die, äh, für die Octus Quest und Quest 2, ja, sage ich mal, angekündigt oder die Kampagne läuft auf jeden Fall, dann kann, kann man halt wieder, äh, dieses Crowdfounding unterstützen und, äh, ja, wer die Cybershoes nicht kennt, sind einfach, ähm, ja, zwei Schuhe, die man sich umschnallt, wie wir hier sehen, hier drunter sind Rollen und, äh, man sitzt auf einem Drehstuhl, man hat auch, glaube ich, sogar noch einen extra Teppich dabei und, äh, ja, dann kann man sich in der VR-Welt halt auf dem, auf diesen Drehstuhl hin und her bewegen und, äh, die Fortbewegung macht man, indem man mit den, mit den Schuhen halt diese Bewegung macht, wie halt beim normalen Gehen, ne, und, äh, wenn die Rollen dann aktiviert werden, dann geht man halt und, äh, das soll halt, ja, Motion-Signess-anfällige Leute unterstützen, ja, ein realistischeres Gehen in VR zu simulieren und, äh, die Motion-Signess zu minimieren und, äh, ich weiß nicht, ob es, ob es den Leuten hilft wirklich, ich habe die Schuhe noch nicht probiert, ich habe damals, äh, mal eine E-Mail hingeschrieben, ob ich die, äh, dann ein Test-Kit von bekomme, ich habe leider keins erhalten, ähm, habe ich mich eigentlich schon darauf gefreut, dass ich das mal testen kann, ja, und, äh, das Problem war halt immer bei den Dingern auch, man musste halt dafür sorgen, dass das Kabel der PC-VR-Brille von oben kommt und, äh, wenn man sich dann öfters mal im Kreis gedreht hat, kann man sich vorstellen, wie das Kabel halt aussah und, äh, ja, eigentlich sind diese Schuhe präsentiert für die Oculus Quest, denn, äh, hier habe ich kein Kabel und ich kann mich unendlich drehen, wie ich will und es stört nichts, ne, und, äh, die ganze Kommunikation, äh, wird jetzt über, über Bluetooth laufen und, äh, ja, hier sehen wir auch, ähm, hier soll es so einen, ähm, ja, so ein Bluetooth-Modul geben, was man dann wirklich an, an die, an die Quest dann einstecken kann, ähm, können wir uns mal ganz kurz anschauen, was hier gezeigt wird, ob das die neue oder die alte, ne, das ist der alte Trailer, oder? Ne, außer, dass es jetzt die Quest 2 ist, ok. Also sehen wir auf den Teppich, wo man dann drauf geht, also für die Quest würde ich echt gerne probieren, muss ich sagen. Mit dem PC wie April habe ich immer das Gefühl, oh, ich, ich mache mir hier irgendwie das Kabel kaputt irgendwann, ne. Ja, wie wir sehen, da kommt bald eine Kickstarter-Kampagne und, äh, ja, dann kann, kann man das unterstützen, wenn man das unterstützen möchte, ähm, wenn ich jetzt da nochmal was zu höre oder einen Link haben, werde ich den auf jeden Fall auch nochmal teilen, dass die Leute dann eventuell da halt, ähm, das Ganze unterstützen können. Ja, hier sehen wir, ähm, hierfür muss man ein Cyberschuss-Modul am Gehäuse befestigen und per USB-C mit der VR-Brille verbinden und, ja, die Brille hat ja hier USB-C, ne, und wie wir gesehen haben, das wird hier vorne, ich weiß nicht, ob das dann draufgeklebt ist hier oder, äh, ja, aber es wird hier anders kann ich mir nicht vorstellen, ne, das ist ein doppelseitiges Klebeband oder sonst was, keine Ahnung, auf jeden Fall, äh, benötigt man das dann. Also ich finde es jetzt schon interessanter als, äh, für die PC-VR-Brille, muss ich sagen. Und, äh, die haben jetzt auch schon einen prominenten Partner an Land ziehen können und, äh, das ist halt das erst kürzlich aufgekaufte VR-Studio Vertigo Games, die halt Arizona Sunshine, äh, gemacht haben und dahin soll es halt auch integriert werden und, äh, wer die Cyberschuss besitzt, wird dann lediglich eine Option im Spiel aktivieren müssen und schon, äh, hat man diese komplette Steuerung der Cyberschuss dran. Ja, also, ähm, wer die Cyberschuss hat, kann mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie sind die Teile, wie findet ihr das, ist das wirklich ein Gimmick, was man haben muss? Äh, wenn ihr, ähm, Motion Sickness anfällig seid, hat euch das geholfen, das würde mich interessieren, ähm, ja, das gerne mal in die Kommentare. Ja, kommen wir jetzt eher wieder in die Richtung Games-Software und, äh, ja, dann gucken wir uns mal die, ja, die Top-Quest-2-Games an. So, Mix.de hat eine kleine Liste zusammengestellt von den besten VR-Games, äh, für die Oculus Quest 2 und, ähm, ja, einige der Spiele haben auch schon einen Grafik-Upgrade erhalten, das heißt, die sehen jetzt besser aus als mit der Quest 1, das gilt nicht für jede Spiel, für alle Spiele, sondern nur für ein paar. Ähm, ich stelle euch gleich nochmal, ich glaube, drei Spiele habe ich so einen kleinen, kleinen Grafikvergleich, ähm, wo man vorher, nachher sieht und, äh, die in Bearbeitung sind oder schon auch mit dem Upgrade erschienen sind. Gucken wir uns mal ganz kurz die Liste an, gehen wir mal kurz drüber. Wenn euch das genauer interessiert, ähm, ist unten in der Beschreibung der Link. Und, äh, ja, wenn ihr sowieso, wenn euch, äh, Quest-Games interessieren, ich mach halt auch ab und zu mal Quest-Games, aber, ähm, ja, aus, vom Zeitfaktor her, ich bin halt voll berufstätig, kann ich nicht, äh, alles gleichzeitig testen und der Patrick von die Zockstube, der, der schaut sich jedes Quest-Game an und, äh, schaut auf seinen Kanal mal rein, wenn euch da gewisse Spiele, äh, interessieren, die ich jetzt nicht gezeigt habe, da wird es mich mit Sicherheit auch freuen. So, Leute, ja, kommen wir mal zum, für die Action-Fans, die haben das so ein bisschen unterteilt, Superhot-VR, sowieso richtig geiler Titel, egal ob in, äh, in, äh, mit der Oculus-Quest, mit der PC-VR-Brille, aber mit der Quest nochmal eine Ecke besser. Und das hat jetzt auch einen Upgrade erhalten, sieht jetzt besser aus, äh, hat sogar den 90-Hertz-Support schon drin, 90-FPS-Support und, äh, ja, einer, auch meiner ersten Titel, die ich auf Kickstarter unterstützt habe, da war es noch flat und später gab es dann die VR-Version und, äh, einfach geiler Titel. Wer das nicht kennt, habe ich auf meinem Kanal auch gestreamt oder gezeigt. So, Until You Fall ist ein Schwertkampf-Game, auch richtig gut, habe ich aber auch viel zu wenig gespielt, muss ich mir echt nochmal anschauen, ähm, gibt es aber auch in, in, äh, auf meinem Kanal, also könnt ihr auch auch gerne mal reinschauen. In Death Unchained habe ich auch gezockt und, äh, In Death Unchained, ähm, die Arbeit momentan an dem Upgrade für die Quest 2. Aktuell ist es noch nicht erschienen, äh, soll aber so in zwei, drei Wochen, glaube ich, soll das Upgrade erscheinen. Und da gucken wir uns gleich auch nochmal ein paar Bilder zu an. Phantom Covered Ups ist auch ein richtig geiler Titel, habe ich auf, äh, der Oculus Rift gespielt und hat mir richtig gut gefallen. Splinter Cell mit Kanu. So, dann haben wir das alte Robo Recall, das war ja ein, ja, ein First-Titel der Oculus Rift, glaube ich, ne, der CV1. Auch richtig cooler Titel. Vader Immortal sowieso richtig, äh, cooler, interaktiver Film oder Serie. So, Apex Construct ist erschienen und das hat auch schon ein Grafik-Upgrade erhalten für die Quest 2. Also, ähm, das erscheint schon im neuen Glanz, sage ich mal. Dann gibt's noch Journey of the Gods, das habe ich mal ganz kurz in der Demo gespielt, äh, ist so eine Art Rollenspiel, meine ich. Dann Moss, ja, Moss ist ein, auch ein Must-Have-Titel, richtig gut. Habe ich, äh, mit der Valve Index gespielt, habe ich aber auch mit der Quest gespielt, beides auch auf meinem Kanal zu sehen. Ähm, schaut euch das mal an, also, richtig süßes und tolles Game. So, Climb, Kletterspiel, ist auch, äh, kennt auch fast jeder. Shadow Point habe ich auch auf der Quest gezeigt, auch richtig cooler Titel. Dann, äh, oder auf der Rift sogar. Dann, I Expect You To Die ist, äh, sowieso ein richtig cooles Game. Äh, so eine Art Escape-Room-Spiel im Sitzen, äh, aber mir hat's richtig gut gefallen. Cobism habe ich nie gespielt. Dann haben wir noch Echo VR Onward, äh, Wreck-It-Enix, auch ein cooles Game, Wreck-It-Enix, so eine Art Tennis-Tennis-Game. Onward ist ja ein Shooter. Blastern habe ich nicht gespielt. Dann A Fisherman's Tale war auch ein richtig, richtig cooles, cooles Spiel, wo man, äh, auch kleinere Rätsel lösen muss, also hat mir gut gefallen. Äh, The Curious Tale of the Stolen Pets ist, äh, sogar mit Hand-Tracking erhältlich mit der Quest. Da kann man dann wirklich ohne Controller spielen. Das war so ein kleines Suchspiel, eher was für, für die kleineren, äh, jüngeren Zuschauer, sag ich mal. Ghost Giant habe ich immer noch nicht gespielt, muss ich mir auch mal anschauen. Ja, dann haben wir Beat Saber, Pistol, Whip, Sampa, äh, kennen auch viele. Arizona Sunshine war cool. Cook Out, das ist, äh, so ein Kochspiel, wo man, äh, auch so, so eine Art, ja, Job Simulator, sag ich mal. Star Tech Bridge Crew. Und dann haben wir hier auch noch die Horror Games, Five Nights at Freddy's. Habe ich auch nicht gespielt, ist aber auch nicht so meins. Aber The Exorcist Legion VR war mega gut. Also sollte sich echt jeder mal, äh, anschauen. Und dann haben wir noch was hier. Job Simulator, Virtual Reality und Accounting Plus. Können wir uns mal ganz kurz anschauen. Die Virtual, Virtual Reality sagt mir jetzt gar nichts, aber das sagt mir was. Das, äh, ist ja, glaube ich, von den Leuten von Rick and Morty. Und, äh, soll auch ziemlich crazy sein. Ja, das erstmal so zu den kleinen Spielen, ähm, die Mix, die ihr jetzt so vorgeschlagen hat. Und, äh, ja. Kommen wir jetzt einfach mal zu, zu ein paar Quest Games, die jetzt für die Quest 2 auch ein Grafik-Upgrade erhalten haben. So, da sind wir bei Apex Construct. Und das Spiel wird es demnächst auch auf meinem Kanal geben. Das werde ich euch auf jeden Fall auch mal zeigen. Aber jetzt kommen wir mal zu den ganzen Sachen, die jetzt hier von Quest 1 zu Quest 2 verbessert wurden. Und hier steht auch schon Higher Resolution. Und gucken wir das Ganze mal an. Ja, also wir haben einmal Higher Resolution. Dann haben wir No-Four-Faded Rendering. Also dieses No-Four-Faded Rendering heißt ja, diese, diese Berechnung von, von dem ganzen Bild erst versehen. Und bei der Quest 1 war es ja so, dass wir ein Fixed-Four-Faded Rendering hatten. Das heißt, wir haben einen kleinen Sweet-Spot, der komplett gerendert wird. Und dann geht das, geht das immer weiter auseinander. Und, äh, diese Bereiche, die werden immer weniger aufgelöst, berechnet und auch dargestellt. Und das spart, äh, Grafik-Power und war für die, für die Quest 1 mega, mega wichtig. Und, ja, das können wir, die können die jetzt abschalten. Und wenn ich jetzt, sag ich mal, ohne mich in VR zu bewegen, einfach nur mit dem Auge hoch und runter gehe, habe ich jetzt alles scharf berechnet. Und, äh, ich habe nicht, nicht mehr diese, diese komische Sicht. Und, ähm, dieses Faux-Faded Rendering wäre halt interessant, wenn wir wirklich Eye-Tracking haben. Weil dann kann immer das berechnet werden in Scharf, wo wir auch wirklich mit der Pupille hingucken. Und, äh, ja, dieses Fixed-Four-Faded Rendering ist, ja, war wichtig, aber ist auch nicht wirklich toll, ne? Also, äh, man, man sieht es immer, es fällt immer ein bisschen auf. Und, ja, das haben sie jetzt hier ausgeschaltet bei dem Upgrade. Dann haben wir mehrere Partikeleffekte, wie diese, diesen Blitz hier, sehen wir jetzt. Und, äh, dann haben sie Ragdoll on NPCs. Also, Ragdoll ist ja diese, diese Simulation, wie die Gegner fallen, ne? Wenn die irgendwo runterfallen. Das sehen wir jetzt toll. More Audio Effects haben sie jetzt eingebaut. Also, das sind so, so kleine, kleine Verbesserungen, die jetzt Einzug erhalten haben in, in Apex Construct für die Oculus Quest 2. Und, ja, ich werde es mir definitiv anschauen. Und da wird es dann auch ein kleines Gameplay zu geben. Und, ja, kommen wir zum nächsten Spiel. Das nächste Spiel, was ein Upgrade erhält, ist Arizona Sunshine. Und, äh, ja, jetzt bin ich echt gespannt. Ich habe es mir auch noch nicht angeschaut. Lassen wir uns mal überraschen, was es alles für, für Erneuerungen gibt. Und, äh, ich lasse einfach mal den Trailer laufen. Okay, da sehen wir natürlich deutlich, ne? Dass es viel, viel besser aussieht jetzt, äh, vom, vom Licht her und von den Shaders. Ähm, Arizona Sunshine hat ja damals, äh, Man kann sagen, richtig, richtig, äh, ja, Kritik einstecken müssen, weil es auf der Quest erschienen ist. Äh, viele haben es mit PS2-Grafik verglichen. Ich habe es mir selber nicht angeschaut. Ähm, aber wir werden gleich die ganzen Vergleiche ja sehen wahrscheinlich. Und, äh, also das, was sie jetzt gemacht haben, sieht schon echt gut aus. Gefällt mir. Und, ja, machen wir mal weiter. Ja, sieht um einiges realistischer jetzt aus. Auch von der Beleuchtung her, ne? Von den Reflektionen. Ja, die. Okay. Also, der Zombie sieht ja richtig schlecht aus, ne? Also, das muss man einfach so sagen. Ähm, ja, passt, da passt so ein bisschen PS2. Gut, der sieht jetzt immer noch nicht perfekt aus, aber schon um eine Ecke besser als, als, als das hier, ne? Der hat ein bisschen mehr Texturen bekommen. Und, äh, sieht auch vom Gesicht her ein bisschen besser aus. Ja, jetzt kann man auch wirklich eine Scope-Rechnung dann auch, äh, mit einfließen lassen, ne? Wie man hier sieht. Okay, hier sieht man halt bei jedem, oder sah man bei jedem, Schuss, dass, äh, kurz wirklich es hell wird und, äh, ist halt realistischer. Hier war es halt nur ein bisschen, ähm, Mündungsfeuer bei der Quest 1 und dann war auch schon wieder Ende. Okay, wir sehen jetzt Blutlachen, was natürlich auch wichtigstes in einem Zombie-Game, ne? Mm-hmm. Okay, wir sehen uns. hier sieht man das auch ganz gut das hier alles viel knackiger aussieht und realistischer als hier und hier haben so ein bisschen nebel mit eingebaut was natürlich auch leistung kostet ja also da waren ja einige verbesserungen muss man sagen und mir gefällt das was jetzt gesehen habe also das wäre für ein autarkes VR-System echt sehr gut und ich glaube da haben einige Leute auch Spaß daran natürlich da fehlte halt super viel auch bei der Quest 1 also wir haben gesehen die auch die Zombies im Hintergrund fehlten die Reflektionen sahen echt schlecht aus die Zombies selber sahen schlecht aus und ja das haben sie echt immens verbessert und ja also ich bin gespannt wie das fertige Produkt dann aussieht aber ich denke mal da können kommen immer weitere Updates können da ja kommen und vielleicht schaffen die das ja so bis komplett an die Grenzen zu gehen sage ich mal von der Quest 2 ist natürlich auch ein Gerät was jetzt erstmal auch erkundet werden muss von den Entwicklern her ne ja schauen wir uns das nächste Game an was noch einen Upgrade erhält und das ist Indes ich habe letztens nie mehr erhalten von der PR-Agentur die momentan für das Entwicklerteam von Indes arbeitet und habe da erfahren dass für die Quest 2 bald auch ein Upgrade kommt und hier sehen wir auch schon mal Bilder jetzt kann ich euch auch in groß zeigen so also links sehen wir Quest 1 rechts Quest 2 steht ja auch ganz gut da ne und ja hier sehen wir was war bei der Quest 1 nicht sehen und was war dann bei der Quest 2 aber wiederum sehen und wenn wir mal schauen erstmal ist die Weitsicht viel viel weiter ne also die lassen auch jetzt ja Gebäude erscheinen die weiter in der Ferne liegen und da haben wir bei der Quest 1 performance mäßig halt erstmal nur nur weiß gesehen und nur was ganz nah dran war hat man so ein bisschen erahnen können also ich jetzt nicht gedacht hätte dass sogar hier die Statuen dann weg sind also da achtet man ja eigentlich gar nicht drauf wenn man so spielt aber sogar die Statuen fehlen und hier sehen wir auch die die Glasscheiben von von dem Gebäude ist jetzt auch hier sichtbar von der Entfernung her und ja hier sehen wir auch hier vorne die Bäume links und rechts haben wir ja immer so weiße Abteile wo auch schon mal dann Gegner stehen und ja hier wurden dann auch die Bäume dann integriert was man bei bei dem ersten Teil oder bei der ersten Quest dann halt nicht hat und ja so kann man jetzt von daher jetzt nicht mehr so viel sagen Texturen vom Dach sehen jetzt gleich aus finde ich aber halt das was man jetzt halt sieht was halt weit in der Ferne liegt ist halt auch schon mal eine Aussagekraft ne und ja kommen wir hier mal dazu schauen wir mal wo da die Unterschiede liegen und ob die Gegner jetzt auch schöner aussehen oder ob es auch gleich geblieben ist und da muss man sagen die sieht die Gegner sehen eigentlich gleich aus ne das auch wiederum jetzt nur dass alles was in der Ferne liegt ne also ich muss sagen es macht mir auf der Quest 1 auch mega viel Spaß aber ich bin auch gespannt wie sich das Grafik Upgrade dann auch auswirkt und da werde ich dann definitiv auch ein Video zu machen auf meinem Kanal weil ich liebe das Spiel eigentlich und ich spiele es ja alleine wegen meinem YouTube Kanal auch viel zu wenig weil man halt oft neue Gameplays machen muss neue Spiele testen muss und neue Hardware und da kommen halt auch einige Spiele die man halt super gerne spielt halt auch zu kurz ne aber das sind jetzt so so die Sachen die ja die man jetzt schon sehen kann und ich habe gefragt ob es schon weitere ja Vergleiche sie gibt und da wurde ich noch vertröstet die arbeiten momentan da dran und wenn es Neuigkeiten gibt eventuell sogar auch ein Vergleichsvideo dann werde ich auf jeden Fall auf meinem Kanal zeigen und ja aber das das zeigt auf jeden Fall schon mal dass das Entwicklerteam da dran arbeitet und dass das wirklich für die Quest 2 dann auch optimiert wird und halt auch besser aussieht also man wird definitiv dann auch ein bisschen mehr Spaß daran haben und ja ich habe es schon mit der Quest 2 gespielt das Spiel aber halt nicht mehr nicht in Grafik Upgrade sondern halt die normale Version aber die hat mir trotzdem Spaß gemacht und auch das Tracking funktioniert echt echt ganz gut für ein Inside Out Tracking von der Quest 2 und ja das waren erst mal erst mal die Spiele die Grafikvergleiche zwischen Quest 1 und Quest 2 und jetzt kommen wir nochmal zu PC VR und da habe ich zwei neue Horror Games gefunden und die habe ich gefunden also ich suche ja immer immer überall eigentlich egal auf auf englischen Seiten auf deutschen Seiten natürlich zeige ich dann am liebsten mix.de damit ihr auch das auch lesen könnt aber jetzt habe ich auch im VR Forum was gefunden und das zeige ich euch so hier möchte ich euch auch nochmal das VR Forum vorstellen und ja die Seite heißt VR Forum.de einfach zusammengeschrieben und ist ein richtig cooles ja cooles Forum für rund um VR da gibt es ja die neuesten Spiele Diskussion um Hardware und so weiter und so fort also schaut definitiv mal rein Link ist in der Beschreibung und lohnt sich auf jeden Fall da rein zu schauen und ja hier habe ich jetzt auch dieses Spiel entdeckt Underlock und das ist so Dead by Daylight like wir haben fünf Spieler und einer ist der Bösewicht und ja wer Dead by Daylight kennt weiß dass man die anderen dann halt jagen muss und so weiter und so fort und das soll jetzt im Herbst im Early Access erscheinen und ja wird sogar Cosplay mit Flat und VR Spielern bieten also echt cool und dass man wenigstens dann auch wirklich mit Freunden zocken kann die keinen VR haben sondern auch nur Flat Game und ja hier sehen wir nochmal ein paar Bilder sieht ziemlich duster und creepy aus und da gehen wir jetzt mal auf die Steam Seite auch und da gibt es auch einen kleinen Trailer den schauen wir uns jetzt mal an okay da wird gelootet okay da wird gelootet okay jetzt sind wir in diesem Jäger Modus und muss die anderen suchen okay 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 ja das war der Trailer und ich sag mal sag sag jetzt für eine Early Access gar nicht so schlecht aus ja ich sag mal manche Bewegungen sahen jetzt nicht so toll aus ich fand es jetzt auch nicht so ganz stimmig wie Phasmophobia aber kann ja alles noch werden vom Prinzip her finde ich eigentlich auch gar nicht so schlecht dass wirklich einer den Bösen spielt, den Geist oder Monster oder was auch immer und die anderen müssen halt gucken, dass sie da wegkommen ist halt echt nicht schlecht gemacht und es gibt ja verschiedene Monster, die man spielen kann wie wir ja gesehen haben, einmal diesen komischen Geist da und dann diese komische Figur, die immer beim Umdrehen dann auf einmal direkt davor stand ist ja immer so ein VR-Horror, immer wenn man sich umdreht, dass auf einmal was näher kommt und ja da wird es mit Sicherheit noch viele, viele verschiedene Geister geben, die man dann spielen kann oder Monster und ja, so sieht es eigentlich ganz gut aus wieder dieses Crossplay das ist natürlich echt cool Online-PVP, LAN-PVP es wird unterstützt und was mich jetzt ein bisschen stutzig macht VR-Headsets, HTC Vive also wird jetzt hier nur die Vive unterstützt muss ich noch rausfinden konnte ich jetzt bis jetzt nicht rausfinden ist ein russischer Entwickler und ich werde da auf jeden Fall mal nachfragen wenn ich die Adresse oder die E-Mail-Adresse rausgefunden habe und wenn ich da Neuigkeiten habe, werde ich es auf jeden Fall auch mal in einer News-Sendung erwähnen ja ich würde sagen, das war es erstmal für das Spiel hier und ja schreibt einfach mal in die Comments wie findet ihr das Game wäre das was für euch oder sagt ihr, ne, vom Format her passt das für mich nicht wirklich ja kommen wir zum nächsten Spiel und das ist nochmal ein Horror-Game so, kommen wir zum nächsten Horror-Game und das ist Hinge Episode 1 also es scheint in Episoden aufgeteilt zu sein und ja es entführt uns in einem altraumhaften Gebäude der frühen 20. Jahrhundert und das spielt genau wohl nach oder kurz danach nach der spanischen Grippe-Epidemie und ja soll wohl ziemlich, ziemlich creepy sein und ich würde sagen wir schauen uns jetzt als allererstes mal den Gameplay-Trailer an und dann können wir da gleich nochmal drauf eingehen so, war ein bisschen zu früh und jetzt geht's los und dann gleich Okay. Also das garantiert auf jeden Fall Gänsehaut. Also das war schon, ja, von den Soundeffekten her schon ziemlich creepy, meiner Meinung nach. Was man da jetzt schon sehen konnte, war ja jetzt nicht viel. Aber ich habe mir gerade schon vorgestellt, wenn man da jetzt in VR in diesem Flur entlang geht und überall die Hände kommen und diese Soundeffekte. Also sah jetzt echt creepy aus und ich bin gespannt, wie das im Endeffekt nachher wird. Hier laufen gerade noch ein bisschen die Screenshots ab. Und sieht ziemlich stimmungsvoll aus, das Ganze. Mal schauen, ob ich das auf meinem Kanal im Livestream mal zeige. Also wer dafür ist, Daumen hoch, ne? Das wird mit Sicherheit sehr, sehr gruselig werden. Ja, das Spiel ist für die Valve Index, für die Vive, für die Rift und WMR-Brillen, also alle gängigen Brillen werden hier unterstützt. Im Sitz und Stehen kann gespielt werden. Und ja, Deutsch wird leider nicht unterstützt, also keine deutsche Übersetzung, echt schade. Wir müssen uns mit Russisch oder Englisch zufriedengeben. Und ja, kommt am 31. Oktober. Preis weiß ich leider noch nicht, aber ich bin echt gespannt und habe jetzt schon Panik davor. Aber Leute, das war es jetzt hier mit der VR-News-Show Nummer 8. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen und war informativ für euch. Und auch wenn es ein bisschen Quest 2-lastig war, aber Quest 2 ist natürlich momentan echt wichtig. Und ja, wir können ja froh sein, trotz der Datenschutzsache, dass wir weiterhin mit guten VR-Brillen unterstützt werden und dass die weiterhin daran entwickeln. Und ja, gerade mit dem Teil haben wir jetzt eine VR-Brille, die echt sehr, sehr günstig ist, sehr gut ist für den Preis. Und vielleicht ist das mal ein Gerät, was ja auch den Massenmarkt erreicht. Aber ja, dafür muss jetzt erstmal geklärt werden, ob die irgendwann nochmal hier in Deutschland verkauft werden. Das wird eventuell im November verhandelt, wird gemunkelt und ja. Ich bin gespannt, was daraus wird. Aber erstmal haben wir ja noch die Möglichkeit, über Frankreich zu bestellen. Von daher für alle Leute, die die haben wollen, über Amazon Frankreich können wir die uns holen. Ja Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn euch es gefallen hat, wie immer, Like raus. Abo-Button wäre echt nice, wenn ihr mich abonnieren würdet, damit der Kanal immer weiter wächst. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.